Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Gewinnspiel mit mir und heute zeige ich euch eben wie ihr folgende Sachen, Preise gewinnen könnt zu Versaken zu den neuen DLC von Destiny 2. Ihr könnt bekommen ein Destiny 2 Versaken Gambit, einer von zwei Codes und signierte Spielkarten von Anti Edition, von Nexus und von Neox. Meine Wenigkeit kommt dann auch noch auf die Spielkarte und diese Nummern werden nummeriert. Wir fangen als erstes an mit dem 4. September bis am 14. September, also die ersten 10 Gewinner werden gelost und die bekommen diese exklusiven Herzkarten hier, also die ersten 10 hier bekommen diese hier. Mit die Nummer 1 ist das Ass und dann abfolgend bis drunter bis zum Zweier, das sind die ersten 10 Gewinner. Zum Raid und zum Start von Destiny 2 Versaken bekommt die jeweils ein Gambit-Emblem-Code ebenfalls noch dazu zum Verlosen. Nicht verzagen, aber es gibt mehr Karten, es gibt insgesamt 36 Karten, deswegen schaut einfach in den Stream zwischendurch immer bei mir immer wieder rein. Dann könnt ihr ebenfalls auch Karten gewinnen, weil wie ihr seht hier, ich habe hier noch ein 12er Deck und hier liegt auch noch ein 12er Deck. So und wie könnt ihr jetzt eben mitmachen? Ich habe hier ein kleines Gewinnspiel und das geht wie folgt. Gewinne 10, signierte Versakenkarten und 2 eben mit Codes. Und ihr könnt jetzt folgenderweise gewinnen. Ihr loggt euch jetzt einfach mit irgendeinem Account ein, zum Beispiel mit Twitch jetzt zum Beispiel oder mit anderen Sachen. Und dann könnt ihr auf Abonnieren klicken hier, als erstes auf Schausix. Ihr müsst mich abonniert haben und dann springt noch ein Tab weiter auf und dort steht dann eben, dann abonniert mich auf Insta, abonniert mich auf Twitch und abonniert mich auf Twitter glaube ich. Dann habt ihr insgesamt 25 Lose, mit denen ihr 10 Preise gewinnen könnt, insgesamt eigentlich 12, weil die zwei Gambit Codes sind für den ersten und für den zehnten Gewinner auch dabei. Und das ist einfach alles, was ihr machen müsst, denn ihr bekommt immer 10 Lose allein für YouTube und halt wenn ihr das Video seht, beziehungsweise wenn ihr mir folgt, habt ihr allein schon ja 10 Lose frei. Und dann bekommt ihr jedenfalls noch 5 Lose für Twitter-Follower, für Twitch-Follower und für Insta-Follower. Und ja, das war's eigentlich mit dem Gewinnspiel. Ihr seht schon, ein Kollege von mir hat schon mitgemacht und ist beigetreten. Je mehr natürlich da sind, desto geringer die Chance, deswegen macht einfach mit. Und ja, ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und natürlich schaut auch nebenbei noch im Stream zu mir rein, um ebenfalls Preise zu gewinnen. So, das war's doch schon wieder von mir und ich bin raus.